Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach noch mal weitere 10 Trade-Lamas ein. Denn bei den letzten Lamas, ihr erinnert euch, habe ich tatsächlich jede Menge Räubersachen bekommen und ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens ein hydraulisches Gedöns kriege oder einen entsprechenden Helden aus dieser Serie, um zu zeigen, jawohl, die können da auch rauskommen. Wenn nicht, bleibt es Theorie, dass sie rauskommen können, aber mir geben die Hoffnung ja nicht auf. Es war noch kein Silbernis dabei, also es wäre ja schon schön gewesen, wobei nach der letzten Runde ist es auch verständlich, wenn ich diesmal... Krach, man muss bloß drüber sprechen. Immerhin Silber. Ja, ja, nein. Na, was wird denn das wohl sein? Nehmen wir mal eine Pistole. Oh, gut. Den Schlitzer. Weiter geht's. Jo, eine Gitarre. Du armes Lama, du. Nein. Vielleicht jetzt. Dann hat man ein Scharfschützengewehr. Genauer Meisterschütze. Kenne ich das? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das kenne. Es gibt einfach zu viele. Man kann sie nicht mehr alle kennen. Also nicht, wenn man nicht, außer man hat kein anderes Leben mehr. Mach dich auf den Gold. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen wollen. Ja, nimm es mit nach Hause. Ja, es ist auch nicht das, was ich wollte. Ein toller Tag für dich. Ja, Gold wäre jetzt echt super. Jawohl, ja. Und. Oho, Gold geht an. Das ist das gute Zeug. Ja, komm. Nee. Ja, ich freue mich auch mit dein Überlebende. Und dein legendären Überlebende. Da freue ich mich. Oho, zwei. Da freue ich mich ja super. So, 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 so was von drauf. Das ist ja, ist ja, ist ja wie ein Anhänger-Lama. Und zwar ein super Anhänger-Lama. Nur für 50. Wie Bugs. 1000. Oder kosten die für 200. Nee, 1000 kosten die, glaube ich. Okay. Schade eigentlich. Hätte ja was Bescheidens sein können. Jetzt werden sich alle fragen, warum meint er bei der Bodenfalle was Besonderes zu haben, wenn es episch ist. Mir fehlen die Grills noch im, ja, das war jetzt irgendwie nicht so berauschend. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es jetzt hier auch nichts, tatsächlich nicht. Aber um kurz zu den Grills zu kommen, wo sind sie denn hier? Mir fehlt hier tatsächlich noch, ach nee, die epische habe ich, gucke ich an. Mir fehlt noch die ganz normale und die, also hier in der Sammlung, ne? Also die legendäre habe ich natürlich als Falle, aber eben nicht in der Sammlung. Naja, vielleicht kommt sie irgendwann noch. Ja, schade, das hat jetzt diesmal nicht so geklappt. Ich werde jetzt keine weiteren aufmachen, weil ich, das sind mir jetzt die Wie Bugs zu schade für. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao. 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 Ciao.